TikTok soll ja eine Spaß-App sein, aber eins habe ich gelernt die letzten fünf Tage. So viel Hass und Neid und Mobbing und Belästigung wie hier auf TikTok, es ist doch wirklich nicht zu fassen. Nicht TikTok ist das Problem, sondern manche Leute hier, wir nennen sie jetzt mal Hater, die haben ja wirklich Riesenprobleme und das sollten wir wirklich nicht zulassen. Weil mich stört es nicht, mich können sie bombardieren so viel wie sie wollen, aber es gibt Leute, die das nicht abkönnen und an die sollte man mal denken, weil es wird ja immer mehr und immer mehr und immer mehr, das kann man doch nicht zulassen. Also wirklich teilt dieses Video und gegen diesen ganzen Hass und Hasskommentare und was weiß ich, da muss wirklich was unternommen werden. Habt alle einen schönen Tag. Vielen Dank.